und hallo und herzlich willkommen zu seven days to die mit den crazy kev mit den tag light und mit den reinhold und meine wenigkeit wir haben uns schon gefunden der crazy kev und ich haben uns schon gefunden und wir sind halt noch auf der suche nach den anderen beiden schauen wir mal ob wir die noch finden wir verfolgen gerade so ein airdrop der ziemlich nah bei uns ist also ein airdrop können wir 100 pro kriegen habt ihr gehört den anderen kriegen wir wahrscheinlich wo kommt das und du kev achte mal bitte dass hier keine zombies oder so sind doch du kannst hinrennen und zu tun für den tanzen die können auch ewig weit weg sein ich weiß nicht wo ihr seid also ich bin jetzt direkt am airdrop wie kann ich mein inventar irgend so ein mini bike dann tabletten medizin und wie auch immer dann lass uns mal zum anderen erdruck rennen der war da hinten glaube ich und dann kann für die sagen können suchen wir die anderen beiden zorni 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 ok ich bin doch an einem airdrop du bist der ein airdrop also bist du bei uns in der nähe kaff ja du siehst doch und auf der karte ist und grünen pfeil oder ja doch mal weiter ja wohl lang muss wir laufen da dann ich bin an dem anderen airdrop ok kaff denn lauf dann treffen uns dort wo ist reinhold ich habe meinen kollegen hier verloren er ist abgehauen ohne mich wer ist denn da freddie haben wir du meinst du techlein liegen ne hübsches mädchen ähnlich schlagen wir dürfen uns ok jetzt müssen wir den reinhold finden der war hier der war hier was war im airdrop bei dir drin weiß ich nicht kann ich mir sagen wenn ich habe einfach nur gelootet ok kaff hier vorne ist er irgendwo gewesen warte ja wo seid ihr oh steht zombie zombies zombies wo seid ihr 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 ah ich hab euch wir müssen den reinhold finden wie komm ich immer hier mit da äh tape taste drücken vielleicht hast du waffen bei dir oder so ne ich hab nur ein sniper barrel ich bin an einer straße ok zombies in der näher von euch wo sind die wo sind die wow zombie vor uns zombie vor uns kev nicht kaputt hauen ich muss abhauen ja dann hau ab renn zur straße los wir rennen kev hinterher wo denn links rechts komm lauf mir hinterher kev schnell wir dürfen nicht sterben man äh reinhold wir treffen uns an einer straße würde ich sagen ich bin an einer straße ja ich weiß wo die straße ist wir müssen einfach hier langlaufen weißt du nur hinter mir ja ja wir sind da aber ich kann nicht mehr rennen ja dann warten wir eben ich warte nicht ok äh wärt von euch reinhold als freund weil ich kann nein wow wow hat ihn einer von euch als freund nein ich hab ihn nicht als freund wow zombie zombie wow abhauen 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 weiter 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 lauf 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 wir müssten gleich die straße erreicht haben also wir sind einfach dazu gekommen 7 days to die einfach mal anzutesten vielleicht machen wir hier raus ein let's play zusammen oder auch einzelne aufnahmen kann nicht mehr rennen da bin ich mal einfach nur gespannt was auf uns zukommt ok ja äh reinhold wir sind an einer straße ja auch aber von welcher seite wo seid ihr an der straße bist du das da hinten oder ist das ein zombie also ich sehe hier keiner auf der straße das ist wahrscheinlich ein zombie ähm rennen wir richtung norden ich würd ich würd tippen richtung norden nein er muss glaube ich richtung süden wo in welche richtung läuft ihr wir laufen dann jetzt in richtung norden dann lauf du mal in richtung süden genau genau ähm das wo wir auf den server wo wir hier drauf spielen das ist ein deutscher server ihr seht das oben schon im shed äh ist gut besucht ich glaub 15 waren vorhin drauf ne äh ja ok einfach mal gucken was wir alles so looten können wir brauchen unbedingt waffen hinter mir laufen bitches sehen sie wenigstens noch hübsch aus ich glaub wir kommen jetzt gleich in so einer stadt ich seh ne base an der straße ne base an der straße in welche richtung rennst du denn richtung süden süden ne warte mal äh ich hab auch ich seh auch ne base wir müssen zurück leute du bist in so einer stadt kann das sein nein ich seh da jemanden auf der straße ja wir sind zu dritt auf der straße mein freund ne das ist ein typ ja er hat ne waffe aber er darf die nicht erschießen er hat ne waffe meh ist das ein pvp oder pve das weiß ich ja nicht einfach server drauf und los geht's aber ich denk mal also geh vom pvp aus äh wir haben jetzt hier ein altes gebäude okay ja hier ist irgendwie sowas gehen wir da rein ja aber lasst uns am besten zusammen bleiben äh reinhold wir sind in der stadt wir sind in irgendeiner stadt okay vorsichtig sind wahrscheinlich sehr viele zombies okay und wenn euch einer auf den sack geht drückt v dann könnt ihr den nämlich anschreuen machst du den zombie oder was nein die spieler also das sind dann im dunkel oder da würde ich aufpassen weil im dunkel halt kommen richtig viele zombies und die sind dann aggressiv äh da vorne läuft ein hund können uns die hunde was anhaben ja und richtig anhaben ich bin jetzt im schneegebiet what the hell ich bin hier im gebäude ne leute wo seid ihr ich auch im gebäude also ich bin jetzt im schneegebiet in der stadt und ihr auch ne ne leute ich hab angst ne kein schwägebiet ne kein schwägebiet wer schlägt von euch da rum ich oh ich hör ganz viele zombies jungs ja wo seid ihr auf dem dach oh da bist du kev boah hab ich mich erschrocken man bin nicht ruhig geblieben ich bin hier so alle regale durchsuchen gucken ob wir irgendwas hier finden man what the fuck ich bin hoch negativ auf welchem gebäude bist du take light ich glaube auf unseren hier ja auf dem dach da ist ein zombie gerade hoch gekommen ich glaube wohin hund ah ich bin tot auf dem dach an der leiter direkt fuck nein nicht sterben ah fuck jetzt bin ich im schneebium nein ja ich bin auch im schneebium bei einer stadt okay ich bin nur im schneebium bist du noch am leben kev ja wir haben pull alles von uns auch oben auf dem dach und dann treffen wir uns ich hoffe ich spawne jetzt auch im schneebium ja ich bin auch im schneebium leute ich habe hier so ein verlassenes lager gefunden äh kommt der jetzt zu mir oder ein zombie äh take light wir schauen eben nochmal nach irgendwie mussten wir uns als freund machen ich schicke dir jetzt nochmal eine anfrage hast du eine bekommen ja nein ey wie komm ich aufs dach nein aber ich könnte mal gucken wenn ich äh zombie ich entweite nochmal okay ich bin jetzt auch tot ja ich bin tot spätznaß müsste ich jetzt entweitet haben bei mir kommt auch irgendwie nix ich bin down ich bin down okay jetzt suchen wir uns wieder ich bin down aber wir können ja koordinaten uns durchgeben ihr seid ja alle im schneebium ne ne ich nicht aber tech light und reinholt ne mhm jetzt geht man links mit der maus auf diese karte seht ihr eben wie weit ist bei euch 1459 und 619 entfernt am besten kommt ihr zu mir weil da ist eine stadt und dann können wir uns dort treffen äh sag mir mal die koordinaten von der stadt südlich 910 und westlich 592 und was war südlich nochmal? äh das erste wo könnt ihr das denn eingeben? nein du siehst es wenn du die maus drüber machst äh 910 war südlich also bei mir nördlich ja südlich bei mir steht bei dir S oder N? S alter ich hör hier irgendwas ich auch und äh W ist bei mir 600 kannst du sagen ne ich achte hier auf den Pfeil okay ich lauf jetzt zu dir ich bin gar nicht so weit davon weg ich bin auch nicht so weit davon weg 910 okay bei Basen ich lauf da auch hin ne also 910 treffen wir uns bist du auf einer St- äh kommst du da zur Straße? äh weiß ich noch nicht ich bin mitten auf dem Berg wo glaube ich 20, 30, 40, 50, 50.000 Zombies sind man ey ich bin bei einer Base äh äh Techlight sag du einfach am besten mal durch V drücken hallo oder schrei irgendwie rein damit wir das mitkriegen äh vielleicht hör ich dich ja dann habt ihr gehört ich bin hier bei so einer Base wow hast du gesehen Alter ich bin ich bin hier fast ein Abgrund runtergerutscht man nein wo war das 900 910 910 600 wenn du rechten Maustick auf dem Map machst äh ich glaube bei mir sind hier sehr viele ich bin bei 990 ich bin bei 1200 ich bin jetzt auch bei einer Stadt ja ich muss runter von den Bergen Leute ich lauf jetzt ich lauf jetzt wieder ins Eisbion rein ähm bleib mal stehen bleib mal stehen also die ersten Folgen die ersten Folgen kann sein dass das ziemlich langweilig wird weil wir müssen uns erst noch suchen und wir gucken ob wir was in den Städten in den Dings finden Spiel dran gewöhnen aber wir schaffen das schon aber es sieht aus ob wir alles leer gelootet oh irgendein fliegendes Ding ist über mir aber ähm Techlight du müsstest doch rein theoretisch auch noch den Rucksack sehen auf der Karte ne ja sollen wir uns dann nicht lieber dort treffen können wir tun ich werde jetzt irgendwie auf irgendeiner Straße und es wird dunkel also ich glaube bevor ich euch treffe bin ich schon tot ja dann würde ich einfach sagen ähm wir treffen uns dort wo wir die Rucksäcke verloren haben oder Techlight ja okay dann renne ich jetzt zum Rucksack ach ich hasse es ich bin hier bei der Stadt wo wir die Rucksäcke verloren haben ja super aber alleine hier durch zu rennen ist schall äh äh bernold wo bist du im Haus noch ich hab hier nen Rucksack lol der ist auch leer ha ja hier ist alles leer irgendwie ich hab noch nix gefunden ich auch noch nicht bei mir sind Zombies wow man und ich kann nicht rennen ist das nicht ätzend alter Schwede doch ach wenn da keine Uhr dran steht hat das schon jemand geloot ich hab jetzt Metall und sowas gefunden das heißt hier war vor kurzem jemand nein ich wow oh da ist so ein Pisshund schon wieder? ja und ich kann nicht rennen ich werde angegriffen nicht noch äh nicht schon wieder sterben man doch das wird wahrscheinlich und ich bin tot oh ist so wach das ist so wenn wir so weitermachen das ist echt blöd aber wir schaffen das schon irgendwie irgendwie ist gut ja wir müssen jetzt bin ich in der Wüste in der Wüste ja kann man hier eigentlich auch Fahrzeuge ich bin soweit bin ich ja noch nicht in diesem Spiel Reinhard kennst du das Spiel besser? ich hab's früher mal gespielt aber jetzt kenn ich's mittlerweile auch nicht nicht mehr richtig ich hab auch was gefunden so ich rede mal zu einem von euch na ich hoffe ich treffe euch jetzt aber ich glaube dass wir den ja den Weg überspringen werden und passend zum Ende sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder ich hoffe die anderen sind auch noch dabei also würde ich sagen bleibt sauber bis deine und tschau tschau ?! tschau 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 aber Ciao.